Wir sind eine Schachschule. Es gibt bei uns Schachtrainings für alle Alters- und Leistungsklassen. Und zum einen wollen wir die Schönheiten und das Abenteuer im Schach möglichst vielen Menschen vermitteln. Zum anderen aber vor allem Schach als ein Bildungsmittel, als Geistestraining, als Gehirnjogging. Wir freuen uns auf alle Interessenten und auf unserer Homepage www.mucschach.de kann man viele Informationen zur Schachakademie und ihrem Team finden.